Aber wir haben genug Stoff, um Bandagen herzustellen. Und Holz müssten wir also auch noch genug haben. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß gucken. Zack, wie sieht es denn jetzt aus? Bandage. Eins. Ach so, Moment, wir haben genug. Moment, wir haben ja schon genug. Wir haben ja genug. Wie war denn das jetzt? Beinschiene. Viermal Bandage. Wir haben sogar zwölf. Ich habe mich eben verguckt. Ja. Ich wusste nicht, dass da vier Bandagen bei rauskommen. Sorry, habe ich nicht gesehen. Beinschiene. Wie wende ich diese Beinschiene denn jetzt an? Kann ich die irgendwie... Wie wende ich denn die jetzt an? Ah, okay. Du hast eine Schiene angelegt. Sei vorsichtig, solange die Knochen noch nicht verheilt sind. Okay. Also... Wir haben jetzt eine Beinschiene. Und... Dann stelle ich erst mal den Webstuhl. Jetzt muss ich doch eben noch mal austesten hier. Entferne Webstuhl. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Direkt ans Fenster. Also ans... Am besten dahin, wo wir sowieso keine Schränke hinstellen können. Also am besten kann man die immer an die Fenster stellen. Da möchte ich hier jetzt nicht hinstellen. Da auch nicht. Aber hier in die Ecke... Direkt am Fenster. Auch wenn es jetzt in der Nähe der Tür ist. Ist mir jetzt im Moment egal. Raus und rein kommen wir noch. Ach, das ist jetzt zwar nicht so günstig, wie das jetzt hier steht. Aber erst mal soll das wohl reichen. Und jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal ausprobieren, ob sich dieses Spinnrad jetzt wieder dreht. Das wäre schon ganz nice. Wenn es das tun würde. Aber es dreht sich nicht. Wieso dreht sich denn dieses Spinnrad jetzt nicht mehr? Aber dass unser Knochen jetzt verbunden ist. Das ist doch schon mal viel wert. Und vielleicht packt irgendwie der Prozessor das jetzt gerade nicht, dass sich die Spinnrad auch noch dreht. Weil manchmal ist das hier auch etwas stockend. Vielleicht sollte ich den Rechner mal irgendwie aufrollen, damit es wieder etwas flüssiger läuft. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel momentan nicht wirklich richtig flüssig läuft. Aber schon cool, dass das Bein jetzt verbunden ist. Jetzt würde ich allerdings gerne noch wissen, was wir tun können, damit das etwas schneller verheilt. Aber ich glaube, da können wir nicht viel machen, oder? Bandagen. Das Bein ist verbunden. Können wir die Bandagen irgendwie als... Einfach nur Bandagen auch noch irgendwie verwenden? Du bist nicht am Bluten. Du benötigst keine Bandage. Okay. Also nur wenn ich blute. Wenn wir bluten, brauchen wir die. Setzling Palme. Aber die können wir vielleicht auch erstmal eben in diese Truhe legen, diese Sachen. Setzlinge. Und ein bisschen Melone essen. Warum auch nicht? Ein bisschen Melone. Äh... Okay, die sättigt nicht. Die sättigt irgendwie überhaupt nicht, diese Melone. Ich hatte sonst immer das Gefühl, dass die auch sättigt. Aber irgendwie... Also die sättigt nur ganz geringfügig. Na doch, jetzt geht's. Und man sieht links die Anzeige. Vielleicht hat sogar das Essen noch was damit zu tun. So, zwei Melonenstücke haben wir noch. Die packen wir erstmal sorgsam hier unten rein. Und jetzt... Ah, ja. Es geht jetzt doch schon wieder besser. Können wir eigentlich schon wieder rennen? Hey, wir können schon wieder rennen. Wir können schon wieder rennen mit der Beinschiene. Mit der Beinschiene. Ach ja, mein Gott. Dann können wir auch mal gelegentlich irgendwelche Höhlen runterfallen, oder? Ey, wir sind so hart im Nehmen. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn, bitte? Ja gut. Also, zurück zu unserem ursprünglichen Vorhaben. Werkbänke. Jetzt geht's um den Amboss, den wir herstellen können. Zack, und da haben wir ihn hergestellt. La, 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 la. Wo stellen wir den denn jetzt mal hin? Auch wieder ins Gras. Wo auch sonst hin? Äh. Boah, ist das nervig hier. Dieses hohe Gras überall. Wir müssen hier dringend was tun. Das geht so überhaupt gar nicht. Es gibt hier keine vernünftige Stelle. Vielleicht direkt am Wasser. So, hier ist es ein bisschen besser. Also, weil jetzt hier... Was können wir jetzt überhaupt machen? Eisenbarren, Kupferplatte, Silberplatte, Goldplatte, Eisenstab, Kupferstab. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Aluminium. Wir brauchen doch für Werkzeuge... Komponenten. Ah, okay. Komponenten. Da kommen wir der Sache schon näher. Eisenbarren haben wir noch. Wir haben also jetzt noch zwölf Eisenbarren. Was brauchen wir als erstes? Axt brauchen wir nicht. Sichelblatt, Sensenblatt. Also, Vorschlaghammer, Haken. Jetzt kommen wir der Sache näher. Hakenkopf. Zweimal Eisenbarren. Hakenkopf stellen wir her. Sense. Einmal Eisenbarren. Herstellen. Wir wollen jetzt eine Sichel haben. Wir wollen eine Sense haben. Hake haben wir auf Vorschlaghammer. Zweimal Eisenbarren. Ey, ich stelle jetzt hier... Wir stellen jetzt hier alle Köpfe her. Das ist mir jetzt egal. Haken... 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 Hakenblatt. Schwertklinge. Streitachs. Also... Die ist so nice. Ja. Morgensternstachel. Ähm... Ha, ha, ha. Boah. Morgenstern. Damit können wir ja die Raubtiere kurz und klein häckseln. Was sehen wir denn jetzt? Sargmesser? Eisenstab. Wir haben nur... Komm, das Jagdmesser machen wir später. Wir nehmen jetzt Morgensternstachel. So, jetzt haben wir alles Eisen, was wir... Also alle Eisenbarren. Huch. Aus Versehen F2 gedrückt. Okay. Wir haben mal eben gerade gucken. Werkzeuge, 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 Werkzeuge. Jetzt wird das langsam richtig interessant, was wir hier durch Spitzhackenkopf. Den haben wir nicht. Sichel. Ein Stock, ein Sichelblatt. Also, Sichel herstellen. Nudelholz brauchen wir nicht. Nudelholz brauchen wir nicht. Sense, ein Sensenblatt. Viermal Stock. Hake. Hake herstellen. Vorschlaghammer. Herstellen. Hacke. Herstellen. Und damit haben wir alle die Dinge hergestellt, die wir herstellen wollten. Und was liegt näher, als die jetzt auszuprobieren? Cool. Hake. Sense. Moment. Sense. Ha. Jawohl. Ich möchte gar nicht so viel Erde hier direkt am Haus haben. Also, das mit dieser... Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier mit Erde arbeiten wollen oder ob wir doch einfach... Erstmal nur mit der Sense... Wie ist denn das mit der Sichel? Moment. Also, die Axt packen wir erstmal weg. Wir nehmen die Sichel mal. Oh, jetzt wird's cool. Sichel. Mit der Sichel... Habe ich mir sagen lassen. Macht man das Gras nicht ganz so kurz. Ich will's aber kurz haben. Vorschlaghammer. Vorschlaghammer. Okay. Der wirkt auf Erde natürlich nicht. Völlig klar. Wollen wir mal so einen Block da hinsetzen. Moment. Erstmal einfach einen Block da hinsetzen. Hake. Die hatten wir jetzt gerade ausprobiert. Dann setze ich einfach mal einen Block hin. Da, 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 da. Und hau damit den Vorschlaghammer drauf. Ja. Das bestätigt den Kommentar, den ich bekommen habe, mit dem Vorschlaghammer. Wenn ich Dinge... Wenn wir Dinge mit dem Vorschlaghammer abbauen, dann bleiben diese Dinge erhalten. Und natürlich würde ich das gerne auch mit anderen Sachen ausprobieren, wie mit dem Schmelzofen. Was ist das gerade nicht? Oder passiert da jetzt nichts? Also, ich gehe jetzt hier... Moment, wir haben jetzt noch ein Brennmaterial. Ich gehe jetzt hier auf volles Risiko. Scheißegal. Ich gehe jetzt hier auf volles... Ähm... Okay. Wenn man risikofreudig ist, muss man auch die Konsequenzen tragen. Wir haben jetzt gerade den Schmelzofen kaputt gemacht. Wo auch noch jede Menge Brennmaterial drin war. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Denn... Wir wissen jetzt... Ich meine, den hätten wir da eh nicht stehen lassen. Der Schmelzofen, den hätten wir da eh nicht stehen lassen. Der wäre sowieso irgendwann weggekommen. Deswegen ist das jetzt auch egal. Aber... Was wir jetzt... Was wir auf jeden Fall machen können, ist... Dass wir... Jetzt erstmal hier... Das Gras... Rund... Um unsere... Werkzeug... Und... Rund um unsere Werkbänke erstmal wegmachen. Dass wir jetzt... Eine Fläche haben, auf der wir arbeiten können. Wunderbar. Und wir kommen auch unter die Tische. Unter die Werkbänke. Das geht alles hervorragend. Ja... Wir arbeiten auch sehr genau und sehr gut. Aber schade jetzt das mit dem Schmelzofen. Also das... Oh, die Hacke... Oh, die... Die Laterne. Die Fackel bleibt auch da. Die wird nicht von der Sense platt gemacht. Also die... Senzt sich hier praktisch um die Gegenstände herum. Oh, das ist doch schön. Ja, so will ich das haben. So wollen wir das haben. Oder nicht? Ist das nicht gut? Ich finde das... Ich finde das... Ich finde das voll gut jetzt. Irgendwie gerade. Legen wir uns hin. Unser Bein verheilt. Weiter. Und der Schlaf wird sein Übriges tun. Ich glaube, wenn wir noch schlafen, geht es uns nachher noch schneller, noch besser. Irgendwie ist das Blöken dieser Tür, dass eben diese Richtung aufgeht. Aber... Ich habe jetzt gerade keinen Bock, das zu verändern. Und das bleibt jetzt einfach mal so. Lass uns einfach mal so ein bisschen... Gras hier wegmachen. So, dann war noch... Ich erinnere mich noch an einen Kommentar, dass... Wenn wir hier an... Setzlinge kommen... Oder irgendwelche bestimmten Pflanzen, die kann man dann auch... Wir haben also einige Pflanzen hier... Wir sind auf einige Pflanzen gestoßen, die wir nicht abernten konnten. Ähm... Und... Grashalme. Okay. Karotte. Jetzt sieht man natürlich auch mehr. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt mal... Wir können... Wir könnten jetzt auch sofort mit der Hake hier arbeiten. Aber ich möchte... Ich möchte mir erst mal den Boden hier angucken. Wie uneben der eigentlich ist. So, das geht jetzt irgendwie nicht weg. Doch. Ich möchte mir erst mal den Boden hier angucken. Wir sollten uns erst mal den Boden angucken. Wie uneben ist das Ganze hier eigentlich? Können wir da jetzt vielleicht schon Ackerbau drauf betreiben? Die ersten zarten Pflänzchen vielleicht setzen oder so? Weil das müssen wir auf Dauer einfach machen, wenn wir hier nicht verhungern wollen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. So. Aber wir haben jetzt hier schon... Nice, 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 nice. Moment. Ähm... Mit der Hake können wir den Boden... Eben, ich probiere mal die Spitzhacke aus. Moment, Spitzhacke? Das ist nicht so nice. Also, hier geht's runter. Insgesamt geht das da hinten ja noch ein bisschen mehr runter. Also, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann könnten wir mal eben mit der Hake was versuchen. Wie gesagt, das sind die ersten zaghaften Versuche. Hier irgendwas... Moment, was machen wir an so die Hake? In dem Vorschlag packen wir erstmal weg. Wir haben ja auch noch die Hacke. Was läuft hier eigentlich mit der Hacke? Die haben wir noch gar nicht ausprobiert, oder? Ah, okay. Mit der Hacke... ...kultivieren wir praktisch den Boden. Und mit der Hacke ebenen wen ein. Richtig? War das so? Je länger wir haken... Okay, also warte mal, ich... Eben mal ganz kurz ausprobieren. Ja, okay. Also, je länger wir haken, desto mehr geht das hier runter. Was es ja auch im Grunde genommen soll, denn... Wie schon angedeutet, der Boden vor uns, wo jetzt auch teilweise noch das wilde Gras wächst, der ist ja tiefer. Und wir müssen ja gucken, dass wir zumindest ansatzweise hier auf eine Ebene kommen. Aber im Moment sieht das gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs im Moment. Okay, weiter geht es jetzt nicht runter. Man kann es immer nur bis zu einem gewissen Grad. Da geht es jetzt noch weiter runter. Also, das Coole ist, dass das wirklich, wirklich realistisch gehalten ist. Ich meine, als Kind habe ich so aus Spaß so meinen eigenen Garten gehabt. Also, unsere Eltern haben ein großes Haus und... Wir hatten also auch einen großen Garten oder haben einen großen Garten, viel mehr. Ich wohne jetzt zwar nicht mehr zu Hause, aber diesen großen Garten, den gibt es heute immer noch. Und da habe ich als Kind, habe ich da so meinen eigenen kleinen Garten gehabt. Das war so eine Zeit, wo wir auch... Also, wir hatten auch Tiere. Wir hatten also Hühner und ich war sehr oft draußen als Kind. Habe mich da auch so ein bisschen um die Tiere gekümmert und hatte eben auch nebenbei noch so ein bisschen meinen eigenen Garten. Und da habe ich halt auch mit Hake und... Ja, mit Hake jetzt zwar nicht, aber mit Hake habe ich da gearbeitet, mit der Hake. Und das ist schon ganz schön schwierig, wenn der Boden uneben ist und dauert halt auch in der Realität ein bisschen länger, den Boden dann so herzurichten, wie er sein soll. Und genau so ist das hier. Das ist eigentlich sehr schön, weil man doch das Gefühl hat, man muss schon ein bisschen was tun, um hier die unendlichen Felder urbar machen, wie es so schön heißt. Das ist schon... Dauert halt eine Weile. Soll es auch... Soll auch so sein. Wieso auch nicht? Okay, und mit der Sense brauchen wir das Gras auch gar nicht bearbeiten, wenn wir sowieso hier anbauen wollen, perspektivisch. Also ich würde jetzt auch sagen, wir gehen hier einfach mal noch ein bisschen höher. Mal gucken. Aber hier kommen wir jetzt schon sehr in die Steigung des Hügels rein. Also weiter brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht gehen. Das lassen wir... Das Gras lassen wir stehen. Dann versuchen wir hier mit der Sense mal noch so ein bisschen um unser Haus herum zu gehen, dass das auch von Gras befreit wird. Ich habe auch gelesen, dass das Gras mit der Sichel... Was kann ich? Ich hatte das eben schon erwähnt. Wenn man das Gras mit der Sichel bearbeitet, dann ist es zwar nicht ganz so kurz, aber dann wächst es halt auch nach. Das passiert bei der Sense. Zumindest habe ich das gelesen in einem Kommentar oder auch in irgendeinem Tutorial. Keine Ahnung. Wächst das Gras mit der Sense bearbeitet halt auch nicht nach. Deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man das mit der Sense oder mit der Sichel bearbeitet. Aber ganz klar ist, dass wir direkt am Haus kein hohes Gras haben wollen. Ist ja auch Unsinn, weil wir uns ja hier auch bewegen wollen und...